Ich hoffe immer noch, dass in Kopenhagen selbst, Kopenhagen also selbst der Ort ist, wo richtig gefochten wird, gestritten wird, gerungen wird um einen klimapolitischen Konsens, der dann auch den klimawissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung trägt, dass wir heute alles tun müssen, um gefährlichen Klimawandel zu vermeiden. Die größte Uneinigkeit zwischen Nord und Süd, zwischen Industrie-, Schwellen- und Entwicklungsländern, besteht auf zwei Ebenen. Der erste große Streitpunkt ist, wie werden die Reduktionspflichten zwischen Nord und Süd verteilt? Hier fordert der Süden ganz klar, dass die Industrieländer vorangehen müssen, bis ungefähr 40 Prozent CO2 reduzieren müssen bis zum Jahr 2020. Die Schwellen- und Entwicklungsländer sagen klar, dass sie noch nicht in eine Reduktionsverpflichtungsperiode möchten, bis zum Jahr 2020, sondern dass alleine Aufgabe der Industrieländer ist, zu reduzieren. Und der zweite große Streitpunkt, fast noch kritischer in den Auseinandersetzungen zwischen Nord und Süd, sind die Geldsummen, die auf den Tisch gelegt werden. Es gibt also handfeste politische Fragen, Streit um die Finanzierung von Klimaschutz, aber auch ganz, ganz viele, vor allem Entwicklungs- und Schwellenländern, sehr wichtige prozedurale Fragen und institutionelle Fragen. Der Süden möchte mehr Mitsprache, er möchte nicht mehr dominiert werden von den Institutionen wie die Weltbank, wo der Norden nun mal immer noch die Mehrheit in den Entscheidungsgremien hat. Und darüber wird, finde ich, zurechtgefochten. Ich denke, dass die Schwellenländer Verhandlungsmacht aufbauen, so gut es geht, sie dem Norden, dem hauptverantwortlichen Norden, einfach noch einmal ganz drastisch die rote Karte zeigen wollen und dem Norden sagen, ihr habt die verdammte Pflicht, eurer historischen Verantwortung und eurer ökonomischen Stärke angemessen, für den Klimaschutz aktiv zu werden. Erst muss der Norden drastische, nämlich 40 Prozent minus CO2 bis zum Jahr 2020 vorlegen und die entsprechenden Finanzen für den Klimaschutz im Süden. Dann ist der Süden bereit, in einem nächsten Verfahren, in einer nächsten Verhandlungsperiode, dann eben auch sich völkerrechtlich verpflichten zu lassen. Die Klimaverhandlungen als solches stehen längst dafür, wie zukünftig Industrieländer, Entwicklungs- und Schwellenländer globale Fragen und globale Probleme miteinander bearbeiten. Die Länder wie China, Indien, Südafrika, Brasilien, die haben längst einen Machtzuwachs erhalten, den sie jetzt mit neuem politischen Selbstbewusstsein auf der internationalen Bühne einfordern. Sie möchten auf Augenhöhe behandelt werden. Sie haben kein Interesse mehr, außenwirtschaftlichen oder handelspolitischen Diktaten zu folgen, die sie jahrelang in Welthandelsrunden und so weiter zu spüren bekommen haben. Und deswegen ist es so wichtig, auch Vertrauen in diesem Nord-Süd-Verhältnis zu gewinnen, Finanztransfer zu organisieren, damit wirklich die Schwellen- und Entwicklungsländer nicht das Gefühl haben, dass sie aus klimapolitischen und ökologischen Gründen ein weiteres Mal von wichtigen Entwicklungen abgehängt werden. Für mich kann aber dieses Argument nicht mehr gelten, wir haben das gleiche Recht wie ihr, uns zu verschmutzen und auf dem gleichen Wege zu entwickeln, wie ihr das getan habt, weil das lassen die Klimadaten einfach nicht mehr zu. Richtig wichtig wird es dann, erst recht auf die Positionen der Entwicklungs- und Schwellenländer zu achten. Sind sie wirklich in der Verantwortung ihrer Bevölkerung? Nehmen sie diese Verantwortung für ihre Bevölkerungen wahr? Nehmen sie die klimawissenschaftlichen Erkenntnisse zur Grundlage, um politisch zu handeln? Wenn sie mit gleichberechtigt am Verhandlungstisch sitzen, dann muss man von ihnen auch verlangen, dass sie das mit großer klimapolitischer Verantwortung für die Welt und vor allem auch für ihre Bevölkerungen tun. Schwellenländer